Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man sich vergegenwärtigt, was Mitglieder der Bundesregierung seit 2008 erzählen, und wenn man sich dann ansieht, was heute hier wieder auf dem Tisch liegt, ich glaube, da muss man sich nicht wundern, dass immer mehr Menschen jeden Glauben an die Demokratie verloren haben. Herr Schäuble, Sie und die Bundesregierung haben versprochen, dass Steuerzahler nie wieder für waghalsige Geschäfte von Bankstern bluten müssen. Sie haben versprochen, dass für Banken irgendwann mal auch gilt, was für jeden kleinen Handwerkerbetrieb eine Selbstverständlichkeit ist, dass man für Risiken, die man eingeht, selber haften muss. Und Sie haben hoch und heilig versprochen, dass es kein Geld aus den Mitteln des europäischen Rettungsschirms ESM direkt für die Banken geben wird, für den immerhin der deutsche Steuerzahler mit etwa 200 Milliarden Euro gerade steht. Das ist etwa das 15-fache dessen, was der Bund jährlich für Bildung und Forschung ausgibt. Herr Schäuble, ich muss schon sagen, entweder Sie haben bewusst gelogen, um die Menschen zu täuschen, oder Sie haben Versprechungen gemacht, die Sie nicht einhalten konnten. Auf jeden Fall beraten wir heute über Gesetze, die das exakte Gegenteil dessen enthalten, was Sie den Menschen versprochen haben. Der Steuerzahler soll weiter bluten, und in Zukunft soll auch noch der europäische Rettungsschirm ESM direkt von den Banken angezapft werden können. Denn genau das ist doch der eigentliche Sinn dieser ganzen Bankenunion, dass die Banker künftig auch dann ihren finanziellen Giftmüll auf den Schultern der Allgemeinheit abladen können, wenn das die Kapazitäten des jeweiligen Nationalstaates überfordern würde. Das heißt, künftig haftet der Spanier nicht nur für den Irrsinn der spanischen Banken und der Deutsche nicht nur für den Irrsinn von Hypo Real Estate, Commerzbank und Co., sondern alle europäischen Steuerzahler haften gemeinsam für den Irrsinn der europäischen Finanzmafia. Das ist ein großartiger Fortschritt. Da kann man der Großbankerlobby wirklich nur gratulieren dazu. Und ganz nebenbei sollen zusätzlich noch über den Abwicklungsfonds, über den Bankenfonds, den Sie erwähnt haben, Banken mit einem soliden Geschäftsmodell, wie unsere Sparkassen und Genossenschaftsbanken, auch noch die Verluste der unsoliden mitfinanzieren. Das ist ein Konstrukt, das die Linke ablehnt. Und deswegen werden wir auch dagegen stimmen, wenn es zur Abstimmung steht. Und es kommt ja noch schlimmer. In Zukunft soll der Bundestag noch nicht mal mehr damit befasst werden, wenn deutsches Steuergeld fließt. Denn nach Ihrem Gesetz werden da nur noch ein paar Mitglieder des Haushaltsausschusses informiert, die auch noch zu strikter Geheimhaltung verpflichtet sind. Das heißt, hier im Bundestag können Sie weiter von schwarzen Nullen und von Schuldenbremsen fabulieren, während über die Bankenhilfen des ESM die Milliarden verbrannt werden, die wir hier für Infrastruktur, für Gesundheit, für Rente, für soziale Ausgaben brauchen würden. Offenbar ist das die schöne neue Welt der marktkonformen Demokratie, von der Frau Merkel träumt. Und die SPD gibt wie immer ihre Stimme dazu. Und deswegen hören Sie endlich auf, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen. Sie reden von Eigentümer- und Gläubigerbeteiligung. Und Sie suggerieren, die Banken würden jetzt so richtig hart angefasst. Und Sie haben es selber erwähnt, die private Haftung ist faktisch auf 8 Prozent der Bilanz beschränkt. Ich glaube, viele Familien in Deutschland wären Ihnen ganz dankbar, wenn der Staat sie ähnlich hart anfassen würde. Weil eine Haftung von 8 Prozent, das heißt, dass eine Familie mit 10.000 Euro Schulden ganze 800 Euro selber bezahlen müsste. Und für den Rest birgt der großzügige Staat. Nur der Unterschied ist, dass in diesem Europa solche Großzügigkeit natürlich immer nur bei den Banken aufgefahren wird und nie bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber das ist absolut inakzeptabel. Und Herr Schäuble, Sie haben auch nicht erwähnt, Sie haben auch nicht erwähnt, es gibt da noch eine Klausel in den Verträgen, nach denen die gesamte Haftungskaskade ausgesetzt werden kann. Wenn nämlich, so heißt es da, eine schwere Störung der Volkswirtschaft oder eine Notwendigkeit zur Wahrung der Finanzstabilität besteht, dann gibt es die Möglichkeit, dass Staatsknete sofort fließt, ohne alle Vorbedingungen. Und wer sich erinnert, dass die deutsche Regierung einst die mögliche Pleite der kleinen IKB zu einer potenziellen Kernschmelze des Finanzsystems hochfantasiert hat, der ahnt, wie groß das Scheunentor für unser aller Steuergeld ist, das alleine durch diese Klausel geöffnet wird. Und wer glaubt, dass der ehemalige Goldman Sachs-Boy und künftige Oberaufseher aller Banken, Herr Draghi, den Banken jetzt aber so richtig auf den Zahn fühlen wird, also ich glaube, der muss wirklich mit Naivität geschlagen sein. Es sind doch gerade Draghis Billiggeldinjektionen, dank derer die Spekulation heute boomt wie nie zuvor, dank derer die Investmentbanker wieder Rekordgewinne machen, während der Kleinsparer seine Ersparnisse wegen Niedrigzinsen wegschmelzen sieht. Und ausgerechnet den Markt für Kreditverbriefungen, Sie haben es erwähnt, einem der Hauptauslöser der letzten Krise, will Draghi jetzt auch noch mit einem milliardenschweren Kaufprogramm neu beleben. Man stelle sich mal vor, die Lebensmittelüberwachung in Deutschland würde den Restaurants, in deren Küchen die Kakerlaken feiern und das Gammelfleisch stinkt, den Ankauf aller verdorbenen Lebensmittel anbieten, bevor ihre Kontrolleure das Haus betreten. Und genau das ist es, was der große Oberaufseher aller Banken, Draghi, jetzt macht. Er kauft den Banken ihr Gammelfleisch ab, bevor die Kontrolleure kommen, sprich, bevor der Stress das stattfindet, und zwar auf unsere Rechnung. Und wenn Sie sagen, Sie sind damit nicht glücklich, dann finde ich das ja sehr erfreulich. Aber dann frage ich mich, weshalb die Bundesregierung dort nicht endlich mal interveniert, wenn solche Pläne gemacht werden. Die große Finanzkrise mit ihren katastrophalen Folgen für Wohlstand, Arbeitsplätze und Staatsfinanzen hat vor mittlerweile fast sieben Jahren begonnen. Und seit mindestens sieben Jahren weiß man deshalb, dass durch laxe Vorschriften und blinde Aufsichtsbehörden gigantische Spielhüllen hochgezüchtet werden und hochgezüchtet wurden, deren Geschäfte niemand mehr ernsthaft überwachen kann und die im Pleitefall auch niemand geordnet abwickeln kann. Und spätestens seitdem weiß man, dass die internationale Vernetzung dieser Spielhüllen gefährliche Kettenreaktionen auslöst. Man weiß, dass es unverantwortlich ist, die Ersparnisse der Bürger und die Kreditversorgung der Wirtschaft solchen Spekulanten zu überlassen. Man weiß das alles. Aber getan wurde nichts dagegen. Es ist eher noch schlimmer geworden. Die großen Finanzhäuser Europas haben mit der alten Idee von Banken als Dienern der Realwirtschaft ja, ich meine, vielleicht noch so viel zu tun wie das Terrornetzwerk Islamischer Staat mit der Idee einer friedfertigen Religionsgemeinschaft, nämlich gar nichts. Und da verkaufen Sie uns hier eine Bankenunion als großen Durchbruch, die im Kern darin besteht, dass alles weiterläuft wie bisher, nur dass die Haftung der Allgemeinheit für diesen Wahnsinn europäisiert wird. Ich glaube, das ist wirklich unerträglich. Ja, Finanzstabilität ist ein öffentliches Gut. Und eben deshalb gehört es nicht in die Hände zockender Investmentbanker. Wir brauchen Banken, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind und die Investitionen finanzieren und nicht solche, die Casinos spielen. Und dafür brauchen wir endlich eine Politik, die das Kreuz hat, sich mit der Finanzmafia anzulegen, statt ihr aus der Hand zu fressen. Und die Gesetze, die wir heute beraten, die sind leider ein Beispiel für Letzteres. Und deshalb lehnt die Linke sie ab. Applaus 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 Applaus